Ich glaube, dass die Jungs alles reingeworfen haben, was sie gehabt haben und von daher freuen wir uns, dass wir hier gewonnen haben. Meine Schinne ist ein bisschen weg nach dem Spiel, aber der Oberschenkel ist verheilt, von daher passt das. Schlaggürt in dem Auto. Wir wussten, dass der Brücken ein Top-Gegner ist, das muss man schon sagen, aber wir haben wirklich alles reingeworfen, was wir haben. Von daher freue ich mich über den Sieg.